Hallo! 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 Als erstes haben wir den Nugget bei meiner Mama abgesetzt und es war super traurig auch wenn er sich gefreut hat Und dann ging es auch schon los wir sind mit Ryanair geflogen und wurden nicht enttäuscht alles lief nach Plan Find the car rental offices Was ist das? Aha Du bist zu schnell Wow, was für ein cooler Bildschirm Wow Wow Wie gefällt dir das aus? Ah, super! Super Auto, oder? Super Das höchste sind wir 2 Who let the dogs out? Ho, ho, ho Eigentlich wollten wir zu einem Palafel laden hier 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 Weißt du, was krass ist? Auf dem Berg sagt es Schnee. Ja. Siehst du es nicht? Wie schmeckt es? Mhm. Gut. Das ist, by the way, unser Hotel. Es ist kein richtiges Hotel, es sind eher so Apartments, die man mieten kann. Super cute, oder? Wir waren kurz frühstücken und machen uns jetzt fertig für den Strand, weil heute, ja, tatsächlich der schönste Tag ist der Woche. Übrigens mag ich den Boden hier ganz gern. How was you? Sturdy. Findest du, ich finde es used look. Und eine Reisegruppe ist gekommen, die sich die Pflanzen hier anschaut. Baby. Was sagst du dazu? Gut? Guck mal wie klein das Wasser ist Aber irgendwie hat er eine Disbalance, oder? Wenn ich hier was sage Du kannst auch gerne ein bisschen anstecken Du kannst auch gerne ein bisschen anstecken gut Du kannst auch gerne etwas machen Du kannst auch gerne ein bisschen anstecken Ich würde gerne ein bisschen anstecken Falaf. Was ist das? Ungelogen, ich habe noch nie so leckere Falafel gegessen. Wir haben gerade dieses nice Hotel hier gefunden. Und jetzt zu dem Preis. Zu dem Preis! 370 Euro die Nacht, ne 414 Euro, sorry. Zeig mal. Und wie sehen die Zimmer aus? Hä, irgendwie gar nicht, also nicht so krass, oder? Ja, schon schick, aber... Aber diese grüne Wand... Der Ausblick ist nice. Aber die grüne Wand nicht. Und die orangenen Kissen auch nicht. Ein kleines Wasser ist gut. Schau mal da. Von Deutschland. Oh, nice. Ja. 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 Da müssen wir hin. Ja. 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 Wir sind gerade hier runtergeklettern. anspruchsvolle wanderung haben sie gesagt ich zitter immer noch meine hände immer noch das ist schädig Wie sehr freust du dich? Hallo! Der Stein muss weg. Der Stein muss noch weg. So lange haben wir gebraucht. 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 So lange, die sich ja altlich fantastisch anbelangabe, der 공 Sarab mit drei Jahren in Sebastianann's Landern wird gebraucht. Untertitelung des ZDF, 2020